Es ist eine Herzangelegenheit, weil ich einfach finde, dass es ein super tolles Projekt ist, junge Menschen auszubilden oder auf dem Weg zu helfen, als DFB-Junior-Coach die ersten Schritte im Trainerbereich zu gehen, weil wir brauchen Nachwuchs in den Vereinen. Wir brauchen Menschen, die Lust haben, sich ausbilden zu lassen, aber dann eben ihr Wissen auch weiter zu tragen, damit sie dementsprechend viele Mädchen und Jungen betreuen können. In den Schulen, und das ist die große Herausforderung auch für den Bereich des Schulfußballs im DFB und den Landesverbänden, sind wir Gäste. Und ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man dann auch immer wieder mal deutlich macht, wie wichtig man die Möglichkeit auch findet, dass wir in Schulen mit unserer Junior-Coach-Ausbildung präsent sein können. Erstmal habe ich gefragt, ob sie noch aktiv spielen. Das tun sie alle drei. Ich glaube, das bedingt es auch. Und wo sie dann gegebenenfalls auch hinwollen. Aber vor allen Dingen gebe ich den jungen Menschen den Hinweis, dass sie erstmal ihre eigene Leidenschaft, ihr Spaß, ihre Freude mit auf den Platz nehmen und dann sich eben auch versuchen, immer wieder auch zu reflektieren, weiterzubilden, die Lust einfach am Wissen auch oder am Lernen, sich beizubehalten und dann vor allen Dingen in die Augen ihrer Kinder, die sie betreuen, ihrer Spieler und Spielerinnen zu schauen, weil da bekommt man ganz viel zurück. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir insgesamt natürlich für die Förderung des Ehrenamts gerade im Jugendbereich eine ganze Menge tun müssen. Aber wenn wir auf die Mannschaftszahlen gucken, muss man auch so ehrlich sein, dass man Schwerpunkte entwickeln muss. Und für mich ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt zu versuchen, die Anzahl der fußballspielenden Mädchen, ob in Mädchenmannschaften oder gemeinsam mit Jungen, ein Stück weit zu fördern. Und da können gerade jung ausgebildete Trainerinnen und Trainer mit der Junior-Coach-Ausbildung auch sicherlich in ihren Vereinen helfen. Ja, ich hoffe, was Positives. Das ist ja so eben auch mein Anspruch, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir den Nachwuchs brauchen, damit wir auch wieder Mädchen und Jungen in den Vereinen betreuen können, weil da fehlt es ja ganz oft einfach an der Manpower. Und von daher freue ich mich. Ich finde das total toll, mich auch mit den jungen Menschen hier auszutauschen. Davon profitiere ich ja dann auch. Und zu hören, was ist eigentlich ihre Intention? Warum haben sie das gemacht? Und sie machen es alle aus dem eigenen Antrieb heraus. Ich freue mich, dass ich, ich sage mal, diesen Aufwand, den ja nun der gesamte Apparat auch mit dem Partner Commerzbank bei dem Thema betreibt, dass der auch wirklich auf Resonanz stößt. Auf Resonanz vor Ort. Also ich glaube, wenn man die Maßnahmen aufzählt, wo wirkt der DFB gemeinsam mit seinen Landesverbänden unmittelbar an der Basis, dann ist sicherlich der Junior-Coach und die Junior-Coach-Ausbildung ein ganz zentraler Punkt. Denn hier helfen wir mit den Dingen, die wir aufwenden, sowohl an Ressourcen im personellen wie auch im finanziellen Bereich, helfen wir ganz konkret auch den Vereinen. Und hier sind ja auch Vereinsvertreter gewesen, die sich jetzt mit unseren jungen Trainerinnen und Trainer unterhalten, um sie, soweit noch nicht erfolgt, in die Vereinsarbeit einzubinden. Junge Menschen darin zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, selbstbewusst zu sein und eben auch hier eine hohe Sozialkompetenz zu spüren. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass diese jungen Menschen sich ehrenamtlich hier bewegen und engagieren. Und von daher Kompliment und Respekt.